WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wo geht der Doppelscreaming hin? Wo geht der Ferry hin mit dem Traktor? Und das ist dann natürlich die ideale Bekleidung für Polis bei etwas frischem Wetter. Also die Idee ist Tottenwetschling, muss ich sagen. Ja, übrigens, liebes Publikum, noch mal ganz kurz der Hinweis. Wir haben jetzt gleich Sieger in Ruhe und jetzt sind die Championships. Die kleine Junkie-Line. Die 205 Modified. Show in place. Die Junkie-Line aus von Lyon. Auf dem zweiten Platz Paul Ariansen aus Dänemark. Black Power! Second Place, Vice European Champion 2012 von Dänemark. Black Power Power-Lager Jensel. Er ist einer der größtenste Voice-Fans in Europa. Und er ist der neue Champion. Juni, 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 Juni ist das im Traktor. Schrappel, Schrappel! Newydd! Schrappel! Meine Damen und Herren, die neue European Champion von 2.5 Modifieds. en. Sie ist ein Kollege Bellino. Die Türke, organised es. Die Türke, mal. In der Türke, der neue European Champion von 2.5 Modifieds. Prize Ceremony for our Champions at the European Championships in Germany. Und jetzt geht's auf die Siegerehrungsrunde mit Lappmusik und die Kunde jetzt. Und jetzt geht's auf die Siegerehrungsrunde mit Lappmusik. Sprecher. Woh! 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 Screaming! Woh! Woh! Woh!